Wer steht da so spät in Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er sieht den Knaben fragend an. Sein Blick etwas glasig, der Abend war lang. Mein Sohn, stimmst du da ins Telefon? Wart, Vater, ich rufe den Bergkönig schon. Sie warten nicht lang. Seht ihr ihn dort? Der Bergkönig naht und bringt sie hinfort. Sie teilen die Fahrt und jeder zahlt wenig. Mein Sohn, ich fühle mich selbst wie ein König. So ist es das Bergkönigsbruch. Man bucht per App. Oh, sorry. Und er bringt euch nach Haus. Mein Sohn, mein Sohn. Ich sehe es genau. Da vorne ist das Ziel. Da müssen wir raus. Hier ist unser Halt. Ein bisschen nicht willig, so brauche ich Gewalt. Beide steigen sie ausgeschwind. Der Vater drückt an sich das ächzende Kind. Er reicht ohne Mühe und Not den Hof. Und wer hier nicht mitfährt, ist selber schuld. Ha! Erwischt! Hier ist ein bisschen abhängig. Dürfen. Vielen Dank.